Ich? Okay. Warum klemmt das denn? Nicht daran, der Uhrenzeiger blockiert ist. Aha, hier fehlt irgendwas. Ehm, schauen wir uns den Schreibtisch an. Ah, ja. Ah. Okay. Hier fehlt ein Mond. Ich wollte mir hier die Seite angucken, aber okay. Ist hier irgendwas? Scheint nicht so. Gibt es hier vielleicht noch eine Karte? Oder ein Puzzleteil? Scheint nicht so. So. Sortiere die Bücher, um auf den Umschlag ein komplettes Labyrinth zu erhalten. Ordne dann die Farben der Schädel und den Umschlägen an. Okay. Also das muss obvious dahin, das hier hin, das dorthin und das dahin. Das war ja schwierig. Okay, ähm... Mhm. Mhm. Das ist ja billig. Ich... Oh, ich hab einen vergessen. Ja, das war ein bisschen doof von mir. Das war nicht viel cleverer. Das war nicht, was ich will. Das war nicht. Ich habe einen roten D ham. Das war nicht. Asens Oui. Und das war nicht genau. Jetzt haben wir noch ein bisschen Karteier. Und jetzt sind wir noch immer eine Karteier. Schönen. Aber wie war es da? Okay, ich habe mich ein bisschen doof angestellt. So, Plakette Nummer zwei. Eine Schreibfehler. Eine Schreibfehler brauchte der Anwalt. Achso, der will auch eine Brille. Ich habe eine Nadel. Salz. Sternschnuppen. Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wo zum Finca ich hin muss. Also hier habe ich... Brauche ich Feuer oder sowas. Was habe ich hier? Hier habe ich diese Druckplatten, die ich noch nicht habe. Das ist fertig. Ich gehe mal hoch. Hier könnte ich mir irgendwie die Sternschnuppen noch vorstellen, aber... Was ich auch hier machen soll, weiß ich nicht. Ach, verstehe. Jetzt kriege ich die dritte Druckplatte. Ich sehe hier kein Puzzleteil. Wieso kann ich das noch anklicken? Vielleicht brauche ich auch einen Pakt noch später oder so. Keine Ahnung. Finde alle Buchstabenpaare nicht. Alle Buchstaben sind Teile eines Paares. Okay. Also die müssen... Die können auch gedreht sein. Verstehe. Und gespiegelt. Die fände ich schon schwieriger. Achso, das hat da so ein Eckhütchen. Das hatte ich nicht gesehen. So hier mein Dach. Ja, auch mal mein Dach. Das ist mit Decke und das wird abstehend. Tausche die Buchstaben entsprechend dem Muster. Das ist das Endstück und das ist dieses Endstück. Das passt ganz gut. Das nicht. Also das kommt hier hin. Das war ja wirklich billig. Was ist das denn hier? Noch ein Zwerg! Ach ja! Das ist ja lieb. Hier. A deal between Corey Black and Davy Jones. In return for not killing her mother, Corrie Black agrees to serve Davy Jones as his maid. From this moment, until Davy Jones' pledge is fulfilled. But it's not you. You haven't signed a deal like the rest of us. You're smarter than that. To save your daughter and all of us, you must find a way to fulfill the pact. I can't tell you much, but Davy's pledge has to do with a person. And she is in a very cold place. This might help you. Ich weiß auch, wo sie ist. Wo brauche ich denn ein Blümchen? Ein Blümchen. Ich brauche hier kein Blümchen. Ein Blümchen. Hier nicht. Ich brauche hier auch nirgends mehr ein Blümchen. Oder brauchst du ein Blümchen? Nein. Kannst du mir zeigen, in welche Richtung ich muss? Da lang. Da lang. Da lang. Hier brauche ich doch keine Blümchen. Das macht doch gar keinen Sinn. Hier brauche ich einen Mond. Nicht hier. Ah. Hier doch genauso wenig. Hier brauche ich keine Blümchen. Okay. Habe ich hier was übersehen? Kann ich da Salz reintun? Hier braucht auch keine Blümchen. Hier möchte ich auch nicht hin. Ah. Doch, hier. Das Salz. Na klar. Das Salz bin ich gar nicht gekommen. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, ich dachte, das wäre ein Puzzleteil. Da ist ein Puzzleteil. Diese Figuren, das ist Davy Johnson, ein paar Piraten, auf wen zielen sie? Was ist das denn? Wenn Davy Jones das geschrieben hat, habe ich nie gedacht, dass er eine Familie hatte. Lass erst mal alles mitgehen, was geht. Lass erstmal alles mitgehen, was geht. Ist hier irgendwo ein Seepferdchen? Ist hier irgendwo ein Seepferdchen? Nein, ich sehe keins. Na gut. Na gut, hier können wir jetzt jedenfalls die zwei Stückchen einsetzen. Stell das Bild wieder zusammen, indem du die Teile tauscht. Du kannst Teile nur innerhalb derselben Ringe tauschen. Das hier war schon richtig, wa? Ja. Das hier ist Davy Jones. Bring die Kristalle zum Leuchten und das Bild zu enthüllen. Das hier war schon. Ich wünsche mir lange genug, um meine Dauder zurück zu leben. Ich werde eine blöden, weil ich mich auf jeden Piraten beantworteile betreue. Ich will eine Dauder zurück in die Welt leben. Ich werde ein Dauder zurück in die Welt leben. None of you shall rest nor die this is Davies pledge So the only way to cancel the pact is to wake up the girl How dare you what gives you the right to take up my past Are you all right? My name is O'Malley. I used to be head alchemist for Mr. Jones Everyone who signed a deal with Mr. Jones is stuck on this island Until his daughter is brought back to life Well, to save your own daughter, you'll have to wake up Mr. Jones Despite what he claims, it is possible. I am certain I shouldn't be here. Find me in the mines Together, we might be able to end the deals But be extremely careful. Mr. Jones mustn't find you Take this and make yourself a map up in Mr. Jones' office Good luck